Sie haben sich ja alle an die neue Zeitrechnung gewöhnt. Früher sagten wir ja vor Christi Geburt und nach Christi Geburt. Und heute teilen wir die Welt ein in vor den Anschlägen und nach den Anschlägen. Allein dieses Datum ist eingegraben ins kollektive Gedächtnis der Menschheit. Der 11. September, wer kann den Tag jemals vergessen? Ein Dienstag war das. Der 11. September 1973. Ja, es war auch ein Dienstag. Wer das immer noch nicht weiß, am 11. September 1973, da wurde Salvador Allende, der im Gegensatz zu Bush demokratisch gewählte Präsident Chiles, der wurde mithilfe einer amerikanischen Terrororganisation namens CIA aus dem Amt geputscht. 3000 ermordete chilenische Demokraten. Den Mordbefehl gab der damalige Osama Bin Laden, Henry Kissinger. Bis heute nicht ergriffen, außer von sich selber. Ersetzt wurde Salvador Allende dann durch eine amerikafreundliche, faschistische Militärdiktatur unter Leitung von Augusto Pinochet, ein ausgewiesener Menschenrechtsexperte. Die Amerikaner hatten bei der Auswahl ihrer Stadthalter und Verbündeten vor Ort immer ein geschicktes Händchen. Das kann man nicht anders sein. Aber ich spüre ja auch heute ab wieder, wie an dieser Stelle hier die Kälte auf die Bühne gekrabbelt kommt. Ich weiß, es ist ein heikles Thema. Der Kanzler hat es ja mehrfach offen gesagt. Er hat gesagt, wir sollen nicht in einen oberflächlichen Anti-Amerikanismus abgleiten. Aber meiner ist gar nicht oberflächlich. Ich habe ja auch gar nichts gegen Amerika. Das ist ein wunderschönes Land. Das Problem sind die Menschen, die da leben. Es ist ein bisschen wie mit Bayern, sage ich immer. Die Gemütsverfassung des Durchschnittsamerikaners, jedenfalls, ist mir naiv, sehr wohlwollend umschrieben. Von der Welt wissen die meisten Amerikaner nicht sehr viel. Die meisten Amerikaner wissen nur eins von der Welt. Wir sind die Guten. Und das ist eine sehr schöne Sache. Denn es geht nicht über ein einfaches Weltbild. Das kennen Sie noch aus den Zeiten des Feminismus. Wenn man weiß, wer der Böse ist, hat der Tag Struktur. Für die Amerikaner war die Welt jahrzehntelang klar überschaubar. Das Reich des Bösen lag im Osten. Die Sowjetunion, der Kommunismus, das wurde bekämpft. Man hat Bollwerke errichtet auf der ganzen Welt gegen den Kommunismus. Zum Beispiel auch damals in Persien. Heute der Iran. Da hat man einen sympathischen, talentierten, jungen Diktator, den Schah von Persien, Reza Pahlevi, so lange aufgerüstet, bis der über die vierte oder fünfgrößte Armee der Welt zum damaligen Zeitpunkt verfügte, als Bollwerk gegen den Kommunismus. Um die Armee finanzieren zu können, hat der Schah von Persien in guter amerikanischer Menschenrechtstradition seine eigene Bevölkerung derart unterdrückt und geknebelt, dass die verzweifelten Perser sich eines Tages hinter einen religiösen Führer gescharrt haben, um den Diktator loszuwerden. Der religiöse Führer hieß Ayatollah Khomeini. Da ist jetzt sympathisch nicht das Wort der Wahl. Sie spüren aber schon, wie verzweifelt die Perser gewesen sein müssen. Oder ahnen Sie das Ausmaß an Verzweiflung, das notwendig wäre, dass Sie sich hinter den Papst stellen, um Gerhard Schröder loszuwerden. Bleiben wir realistisch, die verzweifelten Deutschen waren nicht mal groß genug, um sich hinter Edmund Stoiber zu stellen. Aber zurück zu diesem iranischen Ayatollah. Hat funktioniert. Sie können aber Khomeini sagen, was Sie wollen. Der Mann hat eine friedliche Revolution organisiert, da ist kein Schuss gefallen von Seiten der Demonstranten. Es sind Menschen erschossen worden von der Armee, aber es kamen immer neue Demonstranten, am Schluss standen eine Million Demonstranten auf der Straße. Die viertgrößte Armee der Welt mit Gewehr im Anschlag den Demonstranten gegenüber. Und die haben gesagt, dann schießt er. Ja komm, dann schießt er. Wieviel wollt ihr jetzt noch eins schießen? 50.000, 100.000, wie stellt euch das vor? Hier geht keiner mehr weg. Die Armee hat die Entschlossenheit der Bevölkerung gespürt. Sie hat sie in die Kaserne zurückgezogen, es ist kein Schuss mehr gefallen. Der Schar von Persi musste fliehen. Einer der mächtigsten Diktatoren der Region musste fliehen. Mit Fahrer Diba und der Packerfächer von Kohle ab nach Ägypten, später zu den Kumpels in die USA. Da ist er in ein adäquates Erdloch gezogen. So viel zum Thema, wie ein Volk einen brutalen Diktator überhaupt loswerden kann. Heutige Diktaturexperten sehen das natürlich völlig anders. Angela Merkel zum Beispiel. Angela Merkel zitiere ich ja am liebsten wörtlich. Ich habe noch keine bessere Möglichkeit erfunden, diese Frau zu beleidigen. Angela Merkel hat vor dem Irakkrieg wörtlich gesagt, ich habe in einer Diktatur gelebt. Ich weiß, Diktatoren sprechen nur die Sprache der Gewalt. Da habe ich mich geschämt. Wir hätten doch die Merkel in ihrem bewaffneten Kampf gegen Honecker unterstützen müssen. Wir hätten doch versuchen müssen, die Brüder und Schwestern in der DDR gewaltsam zu befreien, oder? Mit dem bisschen Glück, wer uns die Merkel als Kollateralschaden erspart belegt. Ja, die Merkel sagt inhaltlich nicht vieler. Wenn sie was sagt, dann ist sie doch nichts. Da können sie fest von ausgehen. Aber zurück zu Khomeini. Khomeini hat den Schar von Persien vertrieben. Die Perser waren sauer. Die Amerikaner hatten bis zuletzt den Diktator unterstützt. Die Amerikaner waren auch sauer, Denn die schönen Waffen waren jetzt in der Hand von Ayatollah Khomeini. Ein religiöser Fundamentalist. Ein Moslem. Moslems. Menschen, die ihre Religion ernst nehmen. Für Katholiken unvorstellbar. Der Iran wurde damals quasi über Nacht. 1979 wurde der Iran vom Bollwerk gegen das Böse zum Reich des Bösen selber. Das entscheiden die Amerikaner ja nach Tageslager. Jetzt musste das Reich des Bösen wieder bekämpfen. Da haben die Amerikaner gesagt, wer kann das für uns machen. Und da haben die auch wieder einen sympathischen jungen Mann gefunden. Der wohnte da gleich um die Ecke. Damals noch nicht in einem Erdloch. Saddam Hussein. Ein talentierter Diktator seiner Zeit. Die Amerikaner haben gesagt, Hussein, wir machen ja schon seit Jahren prima Geschäfte miteinander. Wir wissen, du bist ein zuverlässiger, skrupelloser Diktator. Wir rüsten dich weiter auf. Du marschierst ihm Iran ein. Du stoppst den Khomeini mit seinem schiitischen Gottesstaat. Und die Ölquellen, die du erobern kannst, im Grenzgebiet des Iran, die darfst du behalten zur Belohnung. Da drückt man Auge zu, wenn du die Grenze begraben bist. Der Hussein war sofort einverstanden. Denn mit Islam hat der Hussein noch nie was am Hut gehabt. Der Islam geht dem Hussein genauso weit am Arsch vorbei, wie dem Busch das Christentum. Die amerikanische Außenpolitik hat doch nichts mit Menschenrechten zu tun. Da geht es um Schürfrechte, sonst um überhaupt nichts. Saddam Hussein wurde aufgerüstet. Wir haben ihn ja auch aufgerüstet. Es gibt die Liste mit den 68 deutschen Firmen, die Saddam Hussein aufgerüstet haben. Und die haben ja auch letztes Jahr die Beobachter angeboten, um zu gucken, ob noch alles da war. Der Hussein ist im Grunde ein fairer Geschäftspartner. Der hat sich an die Abmachung gehalten, der ist schon 1980 über den Iran hergefallen. Der hat den Iran überfallen, ist aber nicht weit gekommen, die blöden Perser haben sich gewehrt. Die Sache zog sich hin. Acht Jahre lang, Golfkrieg. Acht Jahre lang hat Saddam Hussein mit Unterstützung der Amerikaner einen Invasionskrieg gegen sein unschuldiges Nachbarland Iran geführt. Wir waren neutral. Wir haben beide Seiten schön mit Waffen beliefert. Ja, das sind ja Arbeitsplätze, nicht? Ohne Deutschland darf nie wieder ein Krieg ausgehen. Oder so ähnlich. Nach acht Jahren hat der Hussein gemerkt, ich komme da nicht rein. Ich kann nicht wirklich Fuß fassen. Meine eigenen Verluste sind so groß, er hat sich zurückgezogen in sein eigenes Land. Die Amerikaner haben geschmunzelt. Der Khomeini war ja acht Jahre lang beschäftigt gewesen. Eine Million Tote, schöne Verluste auf beiden Seiten. Den Amis war es gerade recht und der Hussein wollte aber seine Belohnung. Ja, da haben die Amerikaner gesagt, ja wie Belohnung? Hast du Ölquellen erobert? Nee, hat der Hussein gesagt, habe ich nicht. Ja, da hast du doch keine Belohnung. Da war der Hussein pampig. Da hat er ein bisschen rumgepampt und zwei Jahre später hat er gesagt, wisst ihr was, da hole ich mir die Ölquellen jetzt in Kuwait, da komme ich viel leichter rein. Da waren die Amerikaner wieder pampig. Moment mal Freundchen, welches Land du überfällst? Das bestimmen ja wohl immer noch wir. Hussein zum Mitschreiben. Perser abknallen und Kurden vergasen. Da hat keiner ein Problem mit. Aber Kuwait besetzen, da ist Schluss mit lustig. Der Hussein wusste gar nicht, was los war. Was hat er denn falsch gemacht? Hatte der Hussein irgendwas anders gemacht als all die Jahre vorher? Das muss man doch einer mal erklären. Was hat Saddam Hussein 1990 anders gemacht als all die Jahre vorher? Hatte der sich verändert? Nee, der hatte sich einfach nur rumgedreht. Und hatte eine andere Nachbardiktatur überfallen. Kuwait ist genauso eine Diktatur wie all die Länder da unten.